Weiter geht's mit großem Entertainment, präsentiert von TV Digital. Man muss wirklich nicht alles teilen. Jede Frühlingsblüte zum Beispiel. Da gehen direkt meine Allergien wieder los. Oh, ist das Frühjahrsputzig. Die hält den Gaston sauber. Und kreilt sich jeden Ball. Das hingegen solltest du unbedingt teilen. Empfiehl Sky weiter und sichere dir eine 100-Euro-Prämie deiner Wahl und für deine Freunde einen Freimonat von Sky. Das ist echt heilenswert. Sky empfehlen und Prämie sichern. Mehr auf sky.de Sky empfehlen. Bei Sky Cinema brauchst du nicht lange suchen. Gott sei Dank. Leute, geht euch das an? Sehst du? Ist das Sky? Ganz genau. Hier haben wir den perfekten Ort. Wofür? Für was Cooles. Was passiert gerade? Eine Ahnung. Bei uns findest du die neuesten Blockbuster und die besten Film-Highlights für die ganze Familie. Deine Top-Premieren an Ostern. Einen riesen Applaus für Sky. Nur auf Sky Cinema. Dein Sky-Entertainment-Paket kann noch mehr mit Netflix, mit unbegrenzt Serien, packenden Sportdokus und vielem mehr. Sichere dir jetzt dein Entertainment-Plus-Paket zum Vorteilspreis. Auf Sky.de-Entertainment-Paket zum Beispiel auf Sky.de Entertainment-Plus. Irgendwann kommt ihre Mission. Sie teuer zu stehen. Mission Impossible. Dead Reckoning. Ab Ostersonntag auf Sky-Entertainment-Paket zum Beispiel auf Sky Cinema-Premieren und auf Abruf. Und los geht's. Die Bullen mit dem perfekten Saisonstart. Doppelführung für Red Bull. Das war absolut klinisch. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Jetzt kommt Melbourne. The speed is insane. Das nächste Highlight im Formel-1-Kalender. Jetzt gibt's die Attacke von Max Verstappen auf Start und Ziel. Behält Red Bull auch in Down Under die Oberhand? Oder gibt's endlich Paroli von der Konkurrenz? Der große Preis von Australien. Live nur auf Sky. Weiter geht's mit großem Entertainment präsentiert von TV-Digital. Bis zum nächsten Mal.